Christina Luft hat vor ein paar Tagen ihren Verlobten Luca Henni geheiratet. Nun gibt es eine große Veränderung im Leben der Let's Dance-Tänzerin. Christina Luft, Traumhochzeit mit Luca Henni Auf diesen Tag haben nicht nur Christina Luft, 33, und Luca Henni, 28, hingefiebert, sondern auch die Fans. Vor drei Jahren lernten die beiden sich bei Let's Dance kennen und wenig später auch lieben. Anfang 2022 folgte der romantische Hochzeitsantrag. Seitdem warteten die Fans gespannt darauf, wann Luca und Christina endlich Mann und Frau werden. Am 22. August war es endlich soweit. Die beiden gaben sich im engsten Familienkreis in Italien das Ja-Wort. Offiziell. Christina heißt jetzt Henni. Nach ihrer Traumhochzeit genießen Christina und Luca ihre Flitterwochen. Für die beiden ging es vor ein paar Tagen nach Kapstadt. Von dort hatten sie jetzt die nächste tolle Nachricht zu verkünden. Überglücklich berichtet Christina in ihrer Instagram-Story. Es ist offiziell. Juhu! Ich heiße nun Christina Henni und jetzt ist auch der Name auf Instagram geändert. Dass Christina nach der Hochzeit den Nachnamen ihres Mannes angenommen hat, ist keine allzu große Überraschung. Doch bis zur Namensänderung war es wohl ein weiter Weg. Wir hatten einen riesigen Kampf hier meinen Namen zu ändern, und jetzt hat es endlich geklappt. Jetzt bin ich offiziell Christina Henni. Das ist mein Name. Ich kann es noch nicht ganz fassen. Nach dieser tollen Nachricht können Luca und Christina ihre Flitterwochen in Südafrika sicher noch mehr genießen.